Ladies, Gentlemen and everybody in between. Die Interessengemeinschaft Schwermetall ist auf Tour in Form von Adam Angst und die New Lots auf der Heute ist ein guter Tag Tour. Die läuft die ganze Zeit und da liegt so unglaublich viel Rock auf dem Boden, dass wir das mit diesem Gabelstab da wegfahren müssen. Alles! Ja, alles muss nicht schuld sein! Suchen und zerstören, denn alles muss gappen! Steak! 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 So! Ich bin heute der Rudolf Weihnachtsmann und ich bringe, dem bringe ich's immer was mit. Guido hat sich's verdient. Mal gucken, was wir so, was ich finde. Let's go to the mall everybody! Everybody come and play! Throw every last caraway! Let's go to the mall! Let's go to the mall! Oh. 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 Nein! Nein! Oh was ist die Sonne! Oh, warte, Digger! Zu den Zugewarrrrrrrrr! Ich weiß, ich kenne es nicht ab. Hast du nun ein DVD mehr? Ja. Das ist super. Oh! Hier steht einer der letzten Ninja-Filme von EFD, in dem nochmal alle Register gezogen. Ivan der Rote, also in dem Fall, Ivan der Rote, will die Macht für das gesamte Land ansehen. Ja klar. Du bist ein Schatz. Danke schön. Nimm dir Kummann. Kummann? Kummann-Sens. Die Panzer! Die Panzer! Und das ist ein Schatz! Tor! 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 Tor, 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 ach du lieber Gunz! Ich mache jetzt lang ein bisschen die Hase abkürzen